Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Morgen geht es ja für unsere Mannschaft gegen die Berliner Hertha und Karel Gerraths hat nochmal interessante Aussagen getätigt, welche klare Forderung er auch an unsere Mannschaft hat. Wir blicken auch darauf, wie sich unsere Mannschaft möglicherweise ab dem Sommer verändern könnte, bedingt durch eigene Talente, auf die Marc Wilmot setzen will. Und wenn wir schon über Marc Wilmot sprechen, dann blicken wir auch nochmal über, ja, oder auf die aktuelle Geschichte rund um Ben Munger. Gibt es vielleicht bei ihm Zweifel auch wegen der Personalie Marc Wilmot? Ansonsten hat Justin Hegeren noch ein sehr gutes Interview gegeben mit einigen interessanten Aussagen, auch unter anderem darüber, dass er das klare Ziel hat, irgendwann auf Schalke die Nummer 1 zu werden. Das sind also unsere heutigen Themen. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem Blick auf das morgige Auswärtsspiel gegen Hertha BSC und sehr, sehr guten, wie ich fand, auch passenden Aussagen von Karel Gerraths gestern nochmal gegenüber der Watz. Denn es wird ja morgen ein Spiel werden mit einer sehr, sehr spannenden Kulisse. 65.000 Tickets in Berlin sollen womöglich schon verkauft sein. Es gibt ja immer noch ein paar Karten, vor allem auch in der Nähe vom Gästeblock können sich noch sehr, sehr gerne einige Schalke eindecken. Und zusätzlich zu den 10.000 Tickets, die ja von Hertha selber für Schalke zur Verfügung gestellt worden sind, haben sich ja noch viele Schalke-Anhänger, unter anderem auch ich, über den Hertha-Ticket-Shop mit Karten eingedeckt. Also bis zu 20.000 Schalker werden morgen in Berlin erwartet. Einige sind ja schon seit gestern unterwegs, viele sicherlich auch dann heute. Einige wie ich fand, aber auch erst morgen dann extra dahin fürs Spiel. Und somit wird es auf jeden Fall eine tolle Kulisse im Duell der beiden Bundesliga-Absteiger. Und Karel Gerraths, der freut sich schon seit längerem darauf. Es ist eines der Spiele, auf die ich mich am meisten freue. In Berlin, in diesem Stadion zu spielen, ist besonders. Und genau aus solchen Momenten liebt er auch einfach den Fußball. Und daraus ziehe er eben auch deswegen seine Energie. Und genau diese will er auch deswegen an die Spieler weitergeben. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass 15.000 oder 20.000 Schalke-Fans nach Berlin reisen werden. Und dass das nicht normal ist. Wir spielen in der zweiten Liga. Dass eine solche Anzahl an Fans so viele Kilometer reist, ist außergewöhnlich. So etwas findet man in Europa wahrscheinlich nicht noch einmal. Auch nicht bei Erstligisten. Und daran merkt man auf jeden Fall auch, dass Karel Gerraths auf jeden Fall ein Trainer ist, der das wertschätzt. Natürlich gibt es auch andere Vereine, die in Berlin schon beeindruckendes geleistet haben. Wie zum Beispiel der HSV oder auch Werder Bremen in der letztjährigen Bundesliga-Saison. Magdeburg in der aktuellen Saison. Dresden schon mal vor einigen Jahren. Aber natürlich ist es eben auch beeindruckend, dass auch wir Schalker alle zwei Wochen mit unzähligen tausenden Fans hinter unserer Mannschaft herreisen. Erst recht bei der aktuell schwierigen sportlichen Situation. Und trotzdem stellt Karel Gerraths auch eine klare Forderung an seine Spieler. Wir dürfen dieses Spiel nicht hergeben. Es gibt für uns keine Ausreden, um nicht voll konzentriert zu sein. Denn Gerraths hat auch nochmal betont, dass es natürlich ein Auswärtsspiel ist. Aber auch da die Fans zum Beispiel kein Grund sind, warum man vielleicht auswärts nicht so performt. Weil sowohl die Kulisse zu Hause, aber eben auch auswärts bedingt durch solche Geschichten einfach besonders ist. Und trotzdem weiß natürlich auch Gerraths, dass das Spiel gegen Hertha alles andere als leicht wird. Der Gegner ist gut. Sie haben eine schwierige Periode. Gerade im Januar, als der Präsident verstorben ist. Das hatte einen großen Einfluss auf den gesamten Klub. Sie sind aber eine gute Truppe. Und damit sollte auf jeden Fall schon mal klar sein, dass es natürlich auch morgen in Sachen Abstiegskampf ein wichtiges Duell werden wird. Denn gestern gab es ja schon ein wichtiges Ergebnis dafür. Aber leider im negativen Sinne. Denn Eintracht Braunschweig konnte durchaus überraschend in Paderborn gestern gewinnen. Damit hat natürlich Paderborn zum einen verpasst, im Aufstiegskampf Druck zu machen. Braunschweig macht das aber jetzt auf uns. Denn damit beträgt der Vorsprung auf Platz 16 aktuell erst mal nur noch drei Punkte. Und natürlich spielt auch jetzt noch unsere Konkurrenz. Rostock spielt zu Hause gegen Fürth. Lautern spielt ja in Hannover, Wiesbaden, beim HSV, Magdeburg, beim KSC. Die ihm auch dann noch teilweise über uns stehen. Also es wird auf jeden Fall auch dahingehend ein sehr spannendes und wichtiges Wochenende sein. Natürlich auch dann aus Schalkers Sicht morgen in Berlin zu liefern. Und wenn wir natürlich auch dann irgendwann den Klassenerhalt fix haben sollten, geht es auch darum, den Kader für die kommende Saison zu planen. Und da wird auch die Knappenschmiede wieder eine deutlich größere Rolle spielen. Vor allem Marc Wilmot kümmert sich seit dem Ende von André Hechelmann erst recht um die Schnittstelle zwischen U19 und Profimannschaft und hat das auch gegenüber der Watz nochmal ausführlich erklärt. Wir tauschen uns regelmäßig aus und sprechen über spannende Talente, denen wir den Sprung zu den Profis zutrauen. Wann immer es zeitlich passt, schaue ich mir das Training von Norbert Elgert an. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam einen Strang ziehen für Schalke. Auch deswegen schaut sich Marc Wilmot heute das U19-Pokalspiel in Gelsenkirchen persönlich an, was ja dort für unsere Knappenschmiede ansteht und reist danach erst nach Berlin. Auch das ist eben nochmal ein Ausdruck von einer Wertschätzung, aber auch dem klaren Wilmot-Plan, dass die U19 und generell die Knappenschmiede wieder eine deutlich größere Rolle einnimmt. Und auch der Knappenschmiede-Boss Matthias Schober hat nochmal betont, dass die Knappenschmiede grundsätzlich in einem ständigen Austausch mit dem Lizenzbereich sei. Wir sitzen wöchentlich zusammen und sprechen darüber, welche Spiele aus Sicht der Knappenschmiede für die kommende Saison interessant sind, hat unser ehemaliger Keeper da nochmal erklärt. Und es herrscht auch beim Großteil der U19-Spielern grundsätzlich klar darüber, wie es dann eben auch ab dem Sommer weitergehen wird, hat Schober auch nochmal erklärt. Natürlich kann jeder Spieler die verbleibenden Spiele in der U19 nutzen, um sich mit starken Leistungen einen möglichen Platz im Lizenzspielerkader oder dem der U23 der kommenden Saison zu erarbeiten. Denn vor allem auch Marc Wilmots hofft darauf, dass er mehreren Talenten einen möglichen Profi-Vertrag geben kann, denn er hat ja schon mehrmals betont, dass er diesen Weg auf Schalke auf jeden Fall auch gehen will. Denn auch für die kommende Saison ist auf jeden Fall ganz klar der Plan, mehrere Talente im Profikader zu haben. Sie werden nicht bloß des Kaders sein, damit wir sagen können, schaut her, wir haben Knappenschmiedespieler. Unser Ziel muss es sein, dass sie den etablierten Spielern Druck machen, dass sie sich für die erste Elf empfehlen. Und ich finde, dass das wirklich auch mal eine richtig gute und passende Aussage von Marc Wilmots ist, denn genau diese Herangehensweise brauchen wir auch einfach. Man muss auch dann mal den Mut haben, junge Spieler reinzuschmeißen und nicht nur irgendwie als dritte, vierte Option auf irgendeiner Position zu haben. Andere Zweitligisten machen das natürlich auch vor, wie zum Beispiel Nürnberg oder auch der kommende Gegner mit Hertha BSC. Natürlich birgt das auch ein gewisses Risiko, dass du dann vielleicht mal Leistungsschwankungen drin hast. Und es geht ja auch gar nicht darum, eine komplette Elf aus Knappenschmiedespielern zu haben, aber dass die Durchlässigkeit einfach wieder deutlich erhöht wird. Einer hat das natürlich auch dann rein vertraglich gesehen schon mal geschafft mit Vitali Becker. Er hat ja im Trainingslager auch bei den Profis mittrainiert und hat eben auch dann jetzt einen Profivertrag bekommen. Und er darf sich logischerweise dann auch ab Sommer regelmäßig bei den Profis zeigen. Und auch Max Krüger als Mittelfeldspieler und Luca Potlech als Torhüter stehen laut der Watz hier durchaus im Fokus. Denn beide spielen ihr letztes Jahr im Jugendbereich und bei beiden ist eben noch offen, wie es über den Sommer hinaus weitergeht. Potlech hat noch einen Vertrag bis 2025, den Schalke wohl auch gerne langfristig verlängern würde. Es ist aber noch nicht so wirklich klar, ob er zur kommenden Saison zum Profikader gehört. Und bei Krüger ist es nochmal offener, auch mit dem Plan Schalke eigentlich. Aber sein Vertrag läuft eben sogar zum Saisonende aus. Und deswegen wird es wirklich spannend, wie Schalke's Weg dann tatsächlich mit den Talenten aussieht. Ich finde aber, diese Aussage von Marc Wilmers lässt auf jeden Fall hoffen. Und ein Talent, was wir natürlich auch neben Luca Potlech noch im Tor haben, ist Justin Hilgerin, den wir ja nach unserem Bundesliga-Aufstieg 2022 von Oberhausen geholt haben. Dort war er ja in der Regionalliga West ein wirklich starker Keeper. Und da damals schon mit Anfang 20 gezeigt hat, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat für mehr, auch deswegen haben sich ja Huven, Schröder und Co. damals für Hegerin entschieden. Und er hat sich jetzt mal gegenüber der Rheinischen Post auch über seine ersten 18 Monate auf Schalke geäußert. Dass ich nach meinen Einsätzen direkt wieder rausgenommen wurde, war bitter. Aber ich bin erst 23 und habe da überhaupt keinen Stress. Mir wurden die Gründe genannt. Das musste ich akzeptieren. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich mit 23 zwei Profispiele in der Fettungsarena gemacht habe, hätte ich ihm wohl eine Backpfeife gegeben. Ich bin glücklich, wie es gelaufen ist und dass ich meine ersten Erfahrungen sammeln durfte. Mein erster Traum ist in Erfüllung gegangen. Das nimmt mir auch erstmal keiner mehr, hat Hegerin hier nochmal klargemacht. Denn Hegerin kam ja auch in der Hinrunde für uns zum Einsatz in eben, wie er sagt, zwei Heimspielen. Das war ja der Fall gegen Hertha BSC, als Müller und Fährmann ausgefallen sind. Und auch dann kurzfristig gegen Elversberg, als er Fährmann kurz vor dem Spiel dann doch nicht mehr spielen konnte. Und somit war natürlich auch dann Hegerin zweimal gefordert. Natürlich waren das zwei Spiele, die wir als Mannschaft nicht gut bestritten haben, die man dann mit 1 zu 2 verloren hat. Das heißt, aktuell stehen in Hegerins Bilanz bei uns zwei Pflichtspiele, vier Gegentore. Und trotzdem ist er auf jeden Fall auch zufrieden mit seiner aktuellen Entwicklung. Er wird ja von einigen Schalke-Fans durchaus kritisch gesehen, weil er einige U23-Spiele drin hatte, wo er ja auch nicht immer ganz gut ausgesehen hat. Aber auch da hat er sich wirklich auch in der Hinrunde und auch in der vergangenen Rückrunde schon gesteigert. Und auch über Karre Gerrards kann Hegerin nur positiv reden. Wir hatten im Winter Einzelgespräche und kommen sehr gut klar. Er versteht schon Deutsch, fühlt sich aber mit Englisch noch sicherer. Aber das ist überhaupt kein Problem. Er ist ein angenehmer Typ, hat seine Vorstellungen und verkörpert die belgische Mentalität, was ich ja jetzt weiß. Er setzt auch viel auf Fitness. Schalke hat im Moment keine verletzten Spieler. Die Adetik-Abteilung macht einen guten Job. Es passt gut, man muss ihm ein bisschen Zeit geben. Ich bin sowieso ein Freund von Kontinuität. Und diese Aussagen von Hegerin wurden gegenüber der Rheinischen Post wohl vor ein paar Tagen geäußert, wo eben dann noch nicht klar war, dass auch immer wieder Karaman, Soppi verletzungsbedingt möglicherweise beide raus sind. Aber natürlich hat grundsätzlich Hegerin auch recht damit, da sich die verletzten Situationen unter Gerrards auf jeden Fall entspannt hat. Hegerin hat sich auch dann im Winter zum Schritt in die zweite belgische Liga entschieden, zu Padreau Eisten Maas-Mechelen und ist dort auf jeden Fall unangefochtener Stammspieler. Hegerin stand ab sofort dort in der Startelf, hat bislang acht Spiele in der belgischen Zweitliga absolviert, sechs Gegentore kassiert und beeindruckende fünfmal sogar zu null gespielt. Und er hat auch deswegen nochmal jetzt über die Laie natürlich sich zu Maas-Mechelen geäußert. Ich habe Spielpraxis auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das ist genau das, was alle Beteiligten wollten. Ich wusste nicht, dass die Qualität auf so einem hohen Level ist, auch wenn ich mir vorher ein paar Spiele angeguckt habe. Man kann es mit der unteren zweiten und oberen dritten Liga in Deutschland vergleichen. Es läuft sehr gut. Wir spielen oben mit, haben von sieben Spielen nur eins verloren und ich habe viermal zu null gespielt. Das hat Hegerin hier nochmal gesagt. Laut Transfermarkt hat er acht Spiele gemacht und fünfmal zu null gespielt. Er selber hat eben jetzt über sieben Spiele und viermal zu null gesprochen. Aber auch das war möglicherweise deswegen der Fall, weil ihm das Interview vor dem Spiel aufgenommen wurde. Denn am gestrigen Tage hat eben Hegerin dann auch wieder gespielt. Das war sein achter Einsatz. Man hat 1 zu 0 gewinnen können. Also Hegerin zeigt dort auch wirklich gute Leistungen. Und deswegen hat er auch weiterhin klare Ziele, was eine Schalke-Zukunft angeht. Mein ganz klares Ziel ist es weiterhin, dass ich die Nummer 1 auf Schalke werden will. Ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch in Zukunft. Ich bin positiv gestimmt und versuche mich in Belgien weiter zu empfehlen. Der Torwarttrainer guckt jedes Spiel, wird telefonieren einmal pro Woche und der Sohn von Marc Wilmot spielt auch in der Liga. Der Kontakt zu Schalke ist also weiterhin eng. Nach dem Spiel gegen Paderborn war ich auch unten in der Kabine. Ich genieße die Zeit hier und dann schauen wir mal, was im Sommer kommt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was auch dann generell über den Sommer hinaus mit Hegerin passiert. Denn aktuell haben wir natürlich mit Marius Müller für mich auf jeden Fall eine klare, unangefochtene Nummer 1. Auch im besten Falle für die nächsten 2-3 Jahre. Aber darüber hinaus haben wir natürlich auch dann schon die Frage, kann man da vielleicht auch auf die eigenen Talente bauen? Da wäre natürlich zum einen Luca Potlecht, dem auch schon seit Jahren großes Potenzial nachgesagt wird. Aber wie ich finde auch Justin Hegerin. Es geht jetzt natürlich nicht darum zu sagen, dass er vielleicht schon zur kommenden Saison das Zeug haben könnte zum Stammkeeper. Ich finde das nicht. Da sollte schon nochmal dann der Zwischenschritt folgen. Raus aus der zweiten belgischen Liga rein in die erste belgische Liga zum Beispiel. Oder in ein ähnliches Niveau eben dann, um einfach woanders als Stammkeeper den nächsten Schritt zu gehen. Oder vielleicht sogar mit Aston Mars Mechelen aufzusteigen und eben dort die Nummer 1 zu bleiben. Ich glaube, davon würden alle Beteiligten profitieren. Denn mit Ralf Fährmann haben wir auch nur Nummer 2, der sicherlich auch weiterhin über den Sommer hinaus bei uns bleiben wird. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass sowohl Hegerin als auch Potlecht das Zeug mitbringen, irgendwann auch dann mal auf Schalke die Nummer 1 werden zu können. Und einer, der natürlich auch dann dafür verantwortlich sein wird, über den Sommer hinaus mit Hegerin zu planen, wird sehr wahrscheinlich Ben Manga sein. Die ganze Geschichte ist noch nicht offiziell. Ich bin mir auch zu 99% sicher, dass sie, wenn es offiziell werden sollte, dass das nicht vor dem Hertha-Spiel passiert, sondern eben dann, wenn in der kommenden Woche. Und trotzdem gibt es ja noch so ein paar Zweifel aufgrund der ganzen Geschichte. Auch wenn natürlich jetzt zum Beispiel Sky gestern berichtet hat, dass es schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und trotzdem gibt es noch so ein paar Dinge, über die man diskutieren kann. Denn unter anderem hakt es wohl daran, laut der Bild-Zeitung, dass Manga auch durchaus die Risiken fürchtet, dass eben Schalke nicht nur die letzten Jahre Trainer rausgeschmissen hat, sondern eben auch oftmals sportliche Verantwortliche. Denn natürlich wissen wir alle, dass in Sachen Trainerverschleiß natürlich wir Schalker überragend gut mit dabei sind, im negativen Sinne mehr als zwei Jahre schaffte er zuletzt nur Mirko Slomka zwischen 2006 und 2008. Seitdem gab es mit Interimslösungen 25 Trainerwechsel. Und weil eben natürlich auch dafür teilweise die sportliche Leitung verantwortlich ist, gibt es eben auch da mittlerweile auch in Sachen Sportdirektor, Kaderplaner natürlich sehr viele Änderungen und sehr viele Wechsel. Denn auch die Bild hat es da nochmal aufgedröselt. Gleich elf Nachfolger von Rudi Assauer sind sozusagen als Sportdirektor gescheitert. Und das alles weiß natürlich auch Manga, dass wenn man entweder die hohen Ansprüche nicht erfüllt, relativ schnell gehen muss oder wer vielleicht auch beim Aufsichtsrat aneckt oder zum Beispiel auch, wie Ruben Schröder vielleicht mehr machen will und dann auf der anderen Seite aber auch durch viele Arbeit ausbrennt, geht dann vielleicht sogar freiwillig. Und natürlich weiß sowas auch Ben Manga. Aber laut der Bild-Zeitung weiß er eben auch, dass Schalke für ihn selber eine große Chance sein kann. Denn wenn er es eben schafft, Schalke wieder zum Leben zu erwecken, dann kriegt das in Deutschland jeder mit. Dann ist das natürlich auch für ihn ein ganz klarer Karrierebooster. Man kann das vielleicht auch, finde ich, eh nicht sagen zu Ruben Schröder, weil auch der wurde vor seiner Schalke-Zeit sehr, sehr kritisch gesehen. Ich glaube nicht, dass er damals bei Leipzig einen Job bekommen hätte. Und durch seine Schalke-Zeit, die ja vor allem auch im Aufstiegsjahr sehr erfolgreich war, hat er eben auch dann einen solch besseren Job bekommen. Und deswegen prüft Manga eben aktuell noch laut der Bild-Zeitung, ob er die Ansprüche mit dem ihm Angebot und Rahmenbedingungen auch erfüllen kann. Sprich, für ihn ist es einfach wichtig, und es wurde auch gestern schon betont, dass er ein eigenes Scouting-Team mitbringen kann. Das ist für ihn eine ganz wichtige Voraussetzung. Und trotzdem gibt es auch zweifelbedingt durch Marc Wilmotz. Denn auch da ist natürlich Wilmotz nochmal ein ganz anderer Typ, der natürlich auch eine etwas schroffere Art und Weise hat, der vorne weggeht, der seine Prinzipien hat. Und natürlich muss auch Ben Manga dann dazu passen, oder anders gesagt, muss Ben Manga eben das auch wollen. Und diese Beantwortung der Fragen kann natürlich auch dann für Ben Manga ein paar Tage dauern. Und deswegen scheint es eben so zu sein, dass sich die Entscheidung noch ein paar Tage hinziehen könnte, aber sicherlich auch dann in der nächsten Woche eine Entscheidung fallen wird. Was ich aber auch wirklich gut finde, und das ist jetzt aber auch ein Bericht aus der Türkei, dass sich Schalke wohl auch anderweitig umgehört hat. Denn laut den hohen Nachrichten hat die türkische Sportzeitung Fanatik berichtet, dass Schalke an Fatih Demireli von Galatasaray Istanbul herangetreten sei. Er stammt gebürtig aus München und ist bei Galatasaray als Direktor für Forschung und Entwicklung tätig. Also auch dort unter anderem dafür zuständig, Talente zu entdecken, Transfers abzuwickeln. Und deswegen soll auch er wohl ein Kandidat als technischer Direktor gewesen sein. Denn Schalke habe laut den türkischen Medienberichten Demireli ein Angebot unterbreitet, welcher dieses aber abgelehnt habe, weil er sich eben ganz klar bei Galatasaray Istanbul sieht. Aber ich finde es erstmal grundsätzlich gut, dass sich Schalke hier auch da wieder, ähnlich auch wie bei anderen Themen, mit mehreren Personalien beschäftigt. Und vor allem eben auch dann mal über den Tellerrand hinausblickt. Also nicht nur diese typischen Sportdirektoren, technischen Direktoren, die in Deutschland jeder kennt, die vielleicht schon fünf Klubs hatten. Sondern eben auch da mal ganz bewusst es probiert bei jemandem wie Ben Manga, der eine große Hilfe sein kann. Oder eben auch mal in die Türkei blickt zu Galatasaray. Auch das finde ich ist ein Blick, der sich auch durchaus mal lohnen kann. Also wirklich eine interessante Suche hier. Ben Manga ist zum Land natürlich aber auch der klare Favorit. Schalke will ihn gerne haben. Es gibt noch letzte Zweifel. Aber grundsätzlich sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Und damit kommen wir abschließend zur heutigen Community-Frage. Und die behandelt sich eben dann rund um Justin Hegeren. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr glaubt, dass Hegeren wirklich mal die Nummer 1 sein kann auf Schalke. Hat er dazu das Zeug? Noch einmal, es geht nicht darum jetzt zu beantworten, ob Hegeren das zur kommenden Saison kann. Ich finde, das ist auch gar nicht mal die richtige Herangehensweise mittelfristig. Glaubt ihr daran, dass Hegeren, wenn er so weitermacht wie aktuell in Belgien, schon das Zeug hat, bei uns vielleicht die Nummer 1 werden zu können? Ansonsten könnt ihr logischerweise mal gerne auch eure Meinung zu den weiteren Themen in die Kommentare schreiben. Meine Stimme ist heute, warum auch immer, ein bisschen angeschlagen. Und trotzdem soll das hoffentlich gepasst haben. Morgen früh geht es dann für mich auf nach Berlin. Das heißt, morgen gibt es dann mal kein News-Video hier. Und dann sehen wir uns hier logischerweise dann nach dem Spiel im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. An alle Schalker. Und dann sehen wir uns hier oben. Vielen Dank.